Funny how the story goes, little hope but bigger dreams Yo, yo ihr verrückten Biester, wir dürfen euch heute ein neues Pixelbeast vorstellen. Sein Name ist Klapper Klaus und er hat ein Trial-Projekt zum Thema Dynastie gebaut. Wir fanden das Bauwerk so gut, dass er jetzt Pixelbeast ist und deswegen möchten wir euch das natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik So und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Klapper Klaus hat es echt schon länger versucht ins Team zu kommen, deswegen gratuliert ihm auf jeden Fall mal alle in den Kommentaren. Wenn ihr Videos dieser Art nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr uns links oben abonnieren und ihr müsst leider auch diese komische Glocke auf YouTube aktivieren. Rechts ist ein anderes Video verlinkt und links unten ist nochmal unser Minecraft Maps Shop. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt cool, haut rein und cheerio. Musik 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 I know.